Das ist jetzt nur ein Wasserfall. Nachricht lesen. Was hat denn der hier geschrieben? Geheimgang voraus. Wie ist das immer? Immer so ein Trollerino hier. Lügner voraus. Und Odin hast du es geschafft oder was? Oder bist du nicht mehr dabei? Okay. Also ich glaube hier geht es nicht weiter. Ich glaube hier geht es nicht weiter. Aber oder doch? Kann man hier nicht irgendwie weiter? Boah das muss doch hier doch ein Weg gehen. Vielleicht auf der anderen Seite hier links. Geht es hier in dem Bossraum nicht weiter oder was? Irgendwie scheint das doch hier irgendwie weiter zu gehen. Aber ich habe doch schon alle Ecken und Kanten gesucht. Oder abgesucht. Hier ist nichts. Das finde ich gut. Dann hast du immer Freunde hier. Einfach alle anbinden. Beste Entscheidung. Ja. Ich dachte hier geht es irgendwo weiter. Ich dachte hier geht es irgendwo weiter. Ich kann halt hier zurück. Aber das ist ja der Rückweg. Nachdem der Boss jetzt weg ist, dachte ich geht es da weiter. Vielleicht geht es ja hier weiter irgendwo. Na ja hier komme ich ja wieder ganz zurück. Hier müsste ja auch Sackgasse sein hier. Ich dachte ich kann halt hier irgendwo weiter kommen. Keine Ahnung. Oder hier oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Es gab glaube ich noch eine... Noch eine Kreuzung. Also hier. Und das geht nur da lang. Ich suche einfach eigentlich nur noch einen Weg. Wie es weiter geht. Die Ameisen haben wir ja schon eben gekillt. Aber ich glaube es gab noch einen Weg hier bei den Ameisen. Warte. Hier geht es an... Hier ist ein anderer Weg. Da. Beste Ameisen sagst du, ne? Ich glaube das Ding ist ja noch schlimmer hier. Ich glaube das Ding ist ja noch schlimmer hier. Ich habe noch einen gehört da. Noch zwei. Pest oder so ist das. Wenn die Pest durchkommt. Wenn die Pest durchkommt bin ich Rippeider. Das letzte schon mal gehabt haben. Wenn ich Rippe in die Pest durchkommt. Dann wachsen mir Fältchen. Achso kann hier was sammeln. Ich habe jetzt Seife. Dann kann ich mir die Pest abwaschen oder was. Ich habe jetzt Seife. ein chronischer Schmetterling. Oh, ich kann die looten hier oder was. Ah Schmetterling Kein springen voraus Wie nicht Das sieht aber wild aus Hier Ich sammle hier Schmetterlinge Springt der runter Wie jetzt Der ist dann runtergesprungen Habt ihr gesehen? Wollt ihr das auch machen? Gehts hier runter? The fuck Okay okay ich dachte ich war schon gewundert wo du bist Ich hab schon gefragt ob du weiter gemacht hast oder Ob du aufgegeben hast oder geschafft hast So Na gut Also hier gehts wieder hoch zum Boss Leute ist okay Entspann dich und dann machst du weiter Hier gehts wieder hoch zum Boss Aber hier gehts halt nicht weiter Beim Boss Hier gehts halt nicht weiter Beim Boss Einfach in der Kanalisation verlaufen Man kennts Jetzt komm ich hier wieder hier Zum Bossraum Hast du den Boss noch gesehen Odin? Ich hab ja den Boss hier gemacht Ja genau Viel mehr habe ich hier nicht mehr gemacht in der Zeit Nur rumgelaufen und den Weg gesucht Und ich spiele und probiere jetzt mit zwei Einhändler Irgendwie lässt er die Tasten heute los Ich halte gerückt und auf einmal drückte sie nochmal Also hier sind Bin ich bei den Quarkies Also hier ist der einzige Weg Wo ich dann nicht zurücklaufe Kann ich da runter Weiß das jemand? Kann ich da runter springen? Okay dann gehe ich Dann gehe ich wieder zurück Dann gehe ich wieder zurück Wo der andere Typ da oben mich anschießt Muss ich hier vielleicht lang So Da hoch Jetzt bin ich hier unten lang Bin ich sicher Hier oben ist ja so ein Safe-Teil Haben wir ja gesehen Schau mal hier geht es vielleicht noch ein bisschen weiter Oder auch nicht lol Dann mache ich mal gegen hier Dann mache ich mal gegen hier Ja da schon wieder Der Boss schießt einfach Da sind wir ja gestern schon rumgelaufen hier Macht da gar keinen Sinn Keine Ahnung Dann mache ich mal hier 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 Ich bin nie wieder safe sage ich dir. Ich weiß nur, dass ich zum Händler hier hoch kann. Wie gibst du den Händler da? Schade, dass es beim Händler kein savepunkt gibt. Sind diese Sachen, ist das ein Ding, wo du umspecken kannst? Ist das so was? Jo habe ich auf die Karte. Nein? Ok. Ich kann mir da nicht erklären Obsolation was das heißen soll, so in dem Spiel. Ja hier hinten irgendwo, ich bin halt da nicht hoch gekommen. Ich habe versucht hier hoch zu springen, ich bin nicht unten gekommen. Hier müsste das sein. Ich bin halt da runter gefallen. Hier. Glaub ich. Ich bin halt da runter. Hier hinten könnte man noch irgendwas looten, aber da bin ich halt nie hoch gekommen. Da vorne. Da hinten hin. Da hoch wollte ich halt. Bis dumm, ich bin halt Goldfig. Ja? Ja. Da hinten hinten. Ich kann doch zeigen wie ich da hingekommen bin. Ich bin doch hier darunter da da bin ich runter und da bin ich einfach gelatscht fertig vielleicht könnte ich auch hier aber glaube hier geht es nur fluss also berg herunter gibt es den schluss oder wasserfälle was auch immer das da ist ich bin hier gelatscht dir fehlt dein boss um oben rechts hinzukommen echt wie wieso das du meinst ich muss hier hin ich komme da gar nicht weiter da ist dann im wald ein loch wo du runter kannst dann kommst du oben rechts hin und ganz links also nicht hier hier ist der sackgasse gell genau gut da muss ich zu dem wald hin ist das hier irgendwo beschrieben bei dieser karte hier moin kissy ein boss haben wir schon gemacht hier sie besser sagst du oder hast du den gemacht unten rechts welchen denn den hier ist hier meinst du ich versuche gerade hier in der unterwelt weiter zu kommen ja gut ich habe mir von keinem einzigen was den namen gemerkt muss ich dir sagen ganz unten rechts hier ne was ist denn unten rechts hier da bin ich noch nicht weiter gekommen ist das ist das nicht zu hoch das gebiet noch für mich das ist ja das drachen gebiet naja ich meine ich komme ja sowieso nicht weiter ich check eh nicht was mit der story ist ich weiß nur dass der elton ring verloren hat der ist in einen gulli gefallen und ich muss ihn suchen weiß ich mein das ist das ist meine meine wahrnehmung von der story elton hat einen ring dann hat er fallen lassen fertig er kam zuerst von her der ringe hat den ring geklaut dann hat er ihn hier fallen gelassen im elton ring und wir suchen ihn da ist es mein verständnis von der story ja so habe ich die story verstanden ja ist so das ist echt das keck weh jetzt kommen die geschosse hier wieder ach so dann habe ich irgendwas anders noch vergessen war ach so dann habe ich irgendwas anders noch vergessen war also meinst du der boss ist nicht da ich komme auch hier nicht rein akademie schon gemacht den 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 wolf ja na klar habe ich gemacht also da geht es auch da geht es auch das letzte was ich gemacht habe nur eine böse katze ich glaube da sind sogar mehrere hier also hier in der akademie habe ich soweit alles gemacht ich konnte dann noch raus und habe kann mich dann hier weiter porten hier oben habe ich das gemacht hier bin ich auch durch nur hier habe ich ja die quest bekommen ist hier noch ein boss außer dem aus außer dem der wolf hier oder nach dem wolf geht es weiter ich habe doch Ach so, echt? Ich bin über die Dächer. Hab dann alles gemacht. Nach dem Wolf geht's weiter. Warte, dann gucken wir mal. Hier war der Wolf. Hab ich gemacht. Und dann bin ich hier weiter. Dann bin ich aufs Dach rauf. Da ist so ein Typ, der ist mit so einem Roller fährt der hier rum. Das ist wieder eine Krabbe. Da kannst du dir nicht vorstellen. Ich sehe nichts. Kamera? Hallo? Ja, ohne Schild grad blöd hier. Krabbe auszureichnen. Aber schlagen hier. Okay. Der Typ hier. Das ist aber kein Boss, oder? Das ist doch bestimmt so ein scheiß Elite-Mob. Wenn der mich sieht, überrollt er mich, Alter. Das ist Katastrophe mit ihm. Ich springe einfach rüber. Ist mir egal. Mir wurscht. Ich springe einfach da rüber und fertig. Wow. Lol. Nicht gesehen. Ich wollte da rüber. Ah ja. The fuck, Alter. Das war jetzt echt wild. Das ist echt Peeperun. Hast du recht. Okay. Das ist echt krass. Ja, die verfolgt mich, ja. Aber ich bin doch links, rechts gedodged. Dann bin ich gerade in die Route rein, oder was? Hier gibt es ja tausend Seiten. Und ich kann hier nicht speichern. Nirgends. Also hier geht es zu einem Portal, wo ich irgendwo hinkomme. Umkehren. Hier ist ein böser Ritter. Anscheinend. Ja, natürlich. Jo, ist der schnell. Ich will doch auch mal schlagen. Hallo? Wieso schlägt er nicht richtig? Ach, er ist nicht im Target. Jetzt hat er erst. Also jetzt habe ich ein Ritterschild.